Man hat nochmal einen schönen Blick auf Harrys T-Shirt, was am Kragen einen richtig großen Riss hat. Also, vorher erschien es nur leicht ausgefranst, jetzt erkennt man, es ist tatsächlich richtig kaputt gerissen. Wenn ich so ein Shirt damals gehabt hätte, dann hätte das meine Mom schon längst weggenommen und zu einem Allzweck Staubwischtuch umfunktioniert oder meine Oma hätte einen richtig hässlichen, peinlichen Flicken über den Riss genäht oder zumindest einen, der nicht dieselbe Farbe hat wie das T-Shirt. Es ist für Omas enorm wichtig, dass ihre Enkelkinder nicht in zerrissenen Klamotten rumlaufen, auch wenn es gerade Mode ist. Da hat man dann keine coole Hose im Used-Look mehr, sondern eine peinliche Hose im Oma-Hats-Gepflickt-Look.